An die Terminen, zehn Tage ist es her. Seit dem letzten Spiel, wie sehr freuen Sie sich auf dieses Spitzenspiel gegen Genf? Ja, natürlich, das ist der grosse Challenge von unserer Mannschaft. Genf ist es super gespielt, 20 Spiele, und dann schauen wir. Wenn man aufs Line-up blickt, dann fehlen drei Zentner, plus auch noch Damian Brunner. Ja, wie sehr schmerzt Sie das ausgerechnet, gegen Genf auf so viele Leistungsträger verzichten zu müssen? Ja, schauen wir. Natürlich, das ist eine neue Chance für andere Centermann heute, aber das ist wichtig. Ich sage, das ist immer fünf Mann, wir spielen da nicht nur Centermann. Natürlich, Center Position ist vielleicht wichtiger als die Vorwart Position, aber das ist so. Hingegen in der Verteidigung haben Sie keine Verletzungssorgen. Genf ist die offensiv stärkste Mannschaft. Was gilt es hier auf den Fokus zu legen? Wo müssen Sie aufpassen gegen dieses Team? Ja, ich denke, wir müssen nicht viel aufpassen. Ich denke, das Wichtigste ist, wir spielen unser Spiel. Das passiert sehr gut gegen Genf. Wir sind nur einige Mannschaft, die gegen Genf gewonnen haben. Danke und viel Glück. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020